So, willkommen zurück bei Bioshock. Äh, was ich jetzt mal probiert hab, ich hab die Grafik von dem Spiel einfach mal auf alles auf Mittel gesetzt. Und, ähm, ja, das Spiel sieht immer noch gut aus. Ähm, ja, ich hab das jetzt mal probiert, um mal zu gucken, ob's dann immer noch ab und zu ruckelt. Beziehungsweise ob ich vielleicht sogar durchgehend mit 60 FPS aufnehmen kann, das wär natürlich supi. Fläschchen unbekanntes Fusels trinken Gesundheit plus minus Salz. Oh, mach mal scheiße. Okay, das war keine gute Idee, verdammt. Ich hätte mich nicht auf Fusel einlassen sollen. Egal. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen soll. Kinetoskop benutzen. Benutzen. Komisch. Hm, komm, guck mal an. Es gibt diesen Touristen-Dings da bei uns. Gibt's das auch, wenn man so überspringt, ja. Weil das nämlich irgendwie voll langweilig sein tut. The Rise of Columbia. Der Aufgang von Kolumbien. Warum folgen Sie mir? Chips essen. Warum folgen Sie uns? Bier trinkt, Zigaretten rauchen, okay. Okay, man, warum folgt ihr mir? Die Musik ist cool, die erinnert mich am Flug der Karibik. Registrierkasse durchsuchen. Gibt es ein Fahndungslevel? Läckweset nicht. Boah, komm, ich will Kohle da rumlegen. Ja, geil. Kleines Gesundheitskick nehmen. Oh, fett. Whisky trinken. Ach, hier. Plus Gesundheit, minus Salz. Ne, machen wir nicht. Da sieht man mal, Whisky tut der Gesundheitsgut. Also, Kinder trinkt Whisky. Oh, was passiert mit mir? Zigarettenrauchen. Ah, ne, komm, ich bin nicht Raucher. Schild Upgrade nehmen. Für ein Magnet ab, fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Enter, unnaven. Was war denn das? Hm, verblüffend. Dass es funktioniert hat. Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Geil. Danke. Danke. Weiter geht's. Oh, verdammt. Krasser Rucklai. Monade-Trinkhund. Voxofon nehmen. Ein Audiolog. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich? Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht. 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Oh, guck mal. Fett Goal, Alter. Hui. Oh, wir fliegen schon wieder. Ich werde noch reich in dem Spiel. Wäre geil, wenn es im echten Leben so wäre, dass du alle paar Meter ein paar Goldstücke finden würdest. Das wäre fett. Guck mal. Silver Eagle, Munizum für Pistole, Ananas. Munizum für Maschinengewehr. Pistole 3 voll, okay. Die Munizum für meine Knarre ist doch voll. Ah, hier ist ein Nahkampf. Okay. Und der lässt sich eigentlich Kratzer in... Oh. Naja. Sehr gut. Nice. Cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wo ich jetzt hin muss, habe ich natürlich mal wieder... Keine Ahnung. Soll ich da runterspringen? Wollte ich, dass ich da runterspringe? Ich weiß es nicht. Er fragt einmal, jetzt siehst du ihn an und drückst Leertast. Was für ein Frachthaken? Wenn ich mich mit diesem Skyhawk da einhaken könnte? Der Haken muss magnetisch sein. Wow, nicht schlecht. Oh, verdammt. Boah. Skyline-Angriff. Bam. Ja, Mann. Sehr nice. Puh. Alles Gute, komm von oben. Ja, fett. Guck mal, Maschinengewehr. E-Waffe tauschen. Okay. Fernglas kann man nicht aufnehmen, aber die Tauben kann man gut machen. ETF. Echt jetzt? Ah, der hat bestimmt Peter ihre Finger im Spiel gehabt. Werkzeugkasten. Birne. Was sucht eine Birne im Werkzeugkasten? WTF? Mein Gott. Boah, der hält was aus. Der leckt mich am Arsch. Oh, ich glaube, du musst einfach nur Headshots machen. Einfach nur, und da sind wir schon beim ersten Problem. Weil man weiß ja, wie gut ich zielen kann. Nicht. Äh, ja, WTF. Wie unser Prophet verhörter. Der falsche Hirte ist hier. Er will unser Lamm rauben und auf Abwege führen. Oh, verdammt. Oh. Verdammt, warum ruckelt das denn inzwischen drin immer so? Das verstehe ich jetzt einfach mal nicht. Wo ist es an der Programmierung? Weil, äh. Oh. Münzen unter der Matratze. Hä? Was konnte man hier machen? Sünder. Wer ist denn hier ein Sünder? Ich bitte sie. Wenn ich jetzt auch nur wüsste, wo ich langen muss, dann wäre natürlich perfekt. Guck mal, Mülltonne. Ey, was ist die wegschmeißen? Das gibt's ja nicht. Munitioner für Maschinenwehr. Ist das also hier voll? Hier also. Ja, ja. Wer es glaubt. Wer es glaubt, wird's ehrlich. Aber ich wüsste trotzdem ganz gerne mal, wie man da hochkommt. Oh, guck mal. Salz. Oh, voll. Oh. Moment mal. Wie kann man denn die Salz noch mal wechseln? Äh. Das muss ich noch mal nachgucken. Weil dann kann ich ja dieses, äh, diesen Turm da umpolen. Aber jetzt muss ich erst mal nachgucken hier. Ähm. Kraftabfall. Mittlere Maustaste. Kraftmenü. Kuh. Also, Kuh. Der beherrscht. Auch nicht. Ah, ist auch perfekt. Hey, Moment. Warum hab ich jetzt nicht mehr so viel Muni für mein Gewehr? Oh. Oh, verdammt. Arschloch, man. Verreck. Oh, verdammt. Wie wär's mal mit Munition für Maschinengewehr und so? Oh. Ui. Ne, ich nehm doch lieber Pistole. Nur zur Sicherheit. Verdammt. So. Jetzt seid ihr nämlich angeschmiert. Salze. Seid, dass da Frauen, die hier kämpfen in der Stadtwache. Dort ist ja voll strange, Alter. Das sind die da ernsthaft Frauen kämpfen. Ich glaub bisher mal nicht. Boah, ist wieder böse, das Gewehr. Verdammt. Die Schließkassette. Das ist wirklich schlimm. Was? Das ist immerhin des Sonderkönst du dich jetzt einfach porten? Ach, das wäre ein bisschen einfacher. Farbe, kommst du! Oh oh! Ne, komm Salz, hab ich ja! Hui! Echt jetzt? Der ist nicht bis dahin geflogen, willst du mir natzen? Zu mir natzen? Oh! Jetzt kannst du mich langsam am Arsch lecken, ey! Ich mach die Bieste jetzt kaputt! Ist mir doch egal! Oh, guck mal da! Jaaa! So! Kiste! Kuchen! Alles Gesundheit und Geld! Perfekt! Ähm... Ja, genau! Ich geh nochmal da hoch! Ah, bist du? Ah, bist du? Ah, okay! Glaube! Perfekt! Briefkasten! Wieso liegt da Geld im Briefkasten? Wo die Leute ihr Geld verstecken? Ist doch brutal! Ach, Moment! Genau! Auf N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n... Die lassen hier Geld hier rumlegen, ey! Legt mich am Arsch! Die müssen reich sein, ne! Hui! Damit kann man nichts lösen! Äh, Husten! Mies! Montgomery Anwesen! Hallo! Ich muss nach links, also geh ich nach rechts! Gewalt ist keine Lösung! Ähm... Tach! Ich muss nach rechts, aber... ...und die Leute, es ist da kein Glück fließen! Was sollen diese armen Neger denn tun? So wie man sie behandelt? Es musste ja alles so kommen! Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein! Ah! Ah! Das ist der! Das ist der Gesuchte! Gehen Sie! Man fahndet nach Ihnen! Okay! Sie sind hier! Sch! Seien Sie still! Ja, ich verstecke mich ja schon! Aber erst mal plündere ich euch, weil ihr mir so schön helfen wollt! Okay! Also weiter! Da rein, okay! Aber erst mal hier, äh, bla bla bla! Ja! Die Gesundheit ist, glaub ich, voll! Oh, guck mal! Salze! Und hier, wahrscheinlich hab ich Muni voll, deswegen kann ich die Muni von dem Gewehr nicht aufnehmen! Aber egal! Tasche durchsuchen! Silberigel! Kohle, 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 Kohle! Ja, man! Portemonnaie! Los! Mach die weg! Oh! Dammit! Ach still, Moment! Ich glaub, das Zimmer hab ich noch gar nicht durchsucht, oder? Toilette benutzen! Okay! Boah, wie die gleich abgehen, ey! Kommst du da rausschießen, ich hab Raketen für dich! Tja! Oh! Oh! E.T.F. Nein, 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 weg! Ja, wir laufen! Boah, boah! Nein, Moment, verdammt! Wollte ich doch gar nicht! Boah, Alter, what the fuck? Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Alter, pissig, Junge. Hau ab. Leck mich am Arsch. Boah, ist endlich tot, ey. Kiechse. Boah, Alter. Was soll da los, ey? Krasser Scheiß. Handelt für eure Frauen. Handelt für eure Propiten. Handelt. Oh. Boah, ey. Leck mich am Arsch. Dreckiges Arschloch, ey. Dumme Drecksmaschine. Hey, die Maschinen, die gehen mir jetzt schon auf die Eier. Ich glaube, das könnte echt noch Frust in dem LP bringen. Vor allem die Drecksruckle, die scheiß Programmation von dem Spiel. Da hätten die sich echt ein bisschen mehr Mühe geben können. Oh, Audio-Long. Müßling. Kein Lächeln. Entweder... Ne, weiß was. Ich kann mich am Arsch lecken, wenn es da sowieso ruckelt. Okay. Äh, nein. Ich lasse noch mal hier, okay. Licht strahlen ein, natürlich. Äh, höher geht nichts. Okay. Ach, Sichtfeld kann man auch noch ändern. So. Man, so.